hallo meine lieben freunde schön dass ihr wieder dabei seid in diesem fall geht es um einen vermissten fall bei dem man von einem tötungsdelikt ausgeht und zwar handelt es sich um melina k sie verschwande danach zum 25 september 2021 im lückenwalder nutepark hatte sie sich bis etwa ein uhr mit freunden getroffen und machte sich dann zu fuß auf den weg nach hause wo sie offenbar nie ankam freunde und familie meldeten sie bei der polizei als vermisst auch weil die zuverlässige auszubildende am folgenden montag nicht auf der arbeit erschienen als am 25 september 2021 weder familie noch freunde sie erreichen konnten war die sorge dann groß und auch bei einer freundin in berlin die sie an diesem tag besuchen wollte kam melina nicht an melinas handy soll noch bis zum abend des 25 september nachrichten empfangen haben aber sie antwortete nicht der vater erstattete dann vermissten anzeige die polizei wurde allerdings mit dem verweis auf die volljährigkeit der jungen frau erst später aktiv und einige tage später startete die polizei den suchmaßnahmen knapp zwei wochen nach ihrem verspinden sorgte der einsatz von polizeitauchern im gute park dann verauf sind ja nach einiger zeit sagte dann auch die staatsanwaltschaft potsdam dass man vermutet dass medina k vermutlich nicht mehr am leben ist und deswegen wurde dann eine ermittlungsverfahren wegen des verdachts auf ein tötungsdelikt eingeleitet es gebe aber noch keinen konkreten verdacht gegen eine bestimmte person dass die polizei dann vom mord oder totschlag ausging hat damit zu tun dass die bisherigen ermittlungen keinen aufschluss über ihren derzeitigen aufenthaltsort geben konnten ich vermisste wird laut dem kenntnisstand zuletzt am 25 dezember zwischen ein und drei uhr morgens nachts leben gesehen zuerst hatte ja der vater auf das ungewöhnliche fehlen seiner tochter aufmerksam gemacht im internet und mit ausgedruckten fotos suchten er und die freunde von mir linker nach hier von anfang an hatte der vater gefordert dass die polizei mit mehr nachdruck nachher suchen müsste denn er sagte seine tochter wäre nie weggelaufen es ist das erste mal in ihrem leben dass so etwas passiert ist ja die polizei hat dann zwar nach ihr gefahndet aber eben nicht öffentlich und dann fand eben besondere aufmerksamkeit die aktion bei der dann taucher ein gute park nach persönlichen gegenständen von millennia gesucht haben gefunden wurde bis auf säckeweise müll allerdings nichts auch personenspülhunde waren am vermeintlichen talort bereits am einsatz und die ermittler hatten den großen bekanntenkreis der 22 jährigen gefragt seitens der staatsanwaltschaft hieß es dass die vermisste als zuverlässigkeit dennoch hat sie sich seit ihrem verschwinden nicht mehr bei ihrer familie oder bekannten gemeldet es gibt kein lebenszeichen von ihr und auch auf der arbeit ist sinniger schienen ihre kommunikationsmittel sind ausgeschaltet und auch kontobewegungen die darauf schließen lassen würden dass die 22 jährige am leben ist konnten wir nicht feststellen melena soll den nutepark weder zu fuß noch mit einem taxi oder einem anderen öffentlichen verkehrsmittel verlassen haben so sieht zumindest der aktuelle erkenntnisstand in dem fall aus physische oder psychische erkrankungen als ursache für ihr verschwinden schließen wir derzeit ebenfalls aus im internet wird dann auch ein vergleich zu der verschwundenen rebecca reusch gezogen und drei wochen nach ihrem verschwinden kursierten dann auf tik tok verschiedene gerüchte dass die 22 jährige nach ihrem verschwinden mit einem mann gesehen wurde mal an verschiedenen ecken berlins mal in einem auto ob die zeugen glaubwürdig sind ist unklar einige wollen ihre hinweise aber schon an die polizei weitergegeben haben in ihrem bekannten kreis wird berichtet dass melina k sich in der nacht noch mit jemandem verabredet hatte das haben kumpels von meinem freund erzählt sie wollten sie eigentlich nach hause fahren aber das wollte sie nicht mehr weil sie auch nicht sagt eine junge spaziergängerin die dort im park getroffen wurde auf die frage was mit ihr passiert sein könnte antwortet sie ich denke schon dass etwas schlimmes passiert ist aber man weiß es nicht genau ich weiß nicht wie sie tickt aber sie ist eigentlich ein nettes mädchen sie selber hatte wohl keinen direkten kontakt mit melina aber bekannte ihres freundes hatten diesen kontakt da stellt sich dann die frage ob melina opfer eines verbrechens geworden ist oder hat sich jemand kennengelernt und es durchgebrannt oder steckt eine emotionale krise hinter ihm verschwinden in den sozialen medien zeigte sich melina k selbstbewusst die 22 jährige ist kasachin etwa 1 meter 65 groß und hat ein attraktives erscheinungsbild sie trägt dunkles haar perfektes make-up figur betonte kleidung und hat tattoos eine taschenuhr mit rosen und banderolen mit grömmischen zahlen ziert ihren linken oberarm auch auf ihrem unterarm sind rosen tätowiert und über dem rechten schlüsselbein trägt sie einen schriftzug mehr als 1500 leute folgen medina auf instagram über 3000 auf tik tok und von ihren followern wird sie bewundert entstanden sind die fotos in ihrer heimatstadt lupenwalde aber auch in berlin oder hamburg in ihren instagram stories ist melina k mit freunden am see oder auf party zu sehen die jüngsten aufnahmen sind gerade einmal vier wochen alt also kurz vor ihrem verschwinden entstanden im beisein ihrer freundin familie wirkt die 22 jährige glücklich aber es gibt auch eine andere seite melina k teilte in der vergangenheit zahlreiche beiträge über toxische beziehungen es scheint als sehne sie sich nach dem einen partner oder vermisse eine bestimmte person ganz besonders auf ihrem instagram account tauchte auch ein bild des polnischen models kasi alehnhard auf die 25 jährige war im februar dieses jahres leblos in ihrem berliner apartment aufgefunden worden kasi alehnhard führte eine beziehung mit dem fußballstar jerome boateng die auch extrem toxisch gewesen sein soll kurz vor ihrem suizid soll im netz eine große hasswelle über sie hereingebrochen seien die leute haben so viele gute dinge über dich zu sagen aber erst musst du sterben steht über dem bild von kasi alehnhard dass melina k schon vor vielen wochen auf instagram geteilt hat ob sie in den vergangenen wochen jemanden kennengelernt hat oder es ihr nicht gut ging ist unklar in ihrem umfeld gilt sie als zuverlässig einfach verschwinden sei nicht ihre art heißt es aus dem umfeld von jede einen monat nach dem verschwinden treffen sich besorgte menschen regelmäßig um nach mir die näher zu suchen über das internet hat sich eine gruppe gegründet erst nur in loser form und inzwischen gibt es einen treffpunkt und feste zeiten für die subaktion unter der woche immer um 16 uhr am wochenende um 13 uhr trifft man sich im lute park wo melina zuletzt gesehen wurde je nachdem wie viele menschen kommen teilen wir uns dort auf zu fuß oder mit dem auto in meinen gruppen von vier bis fünf personen niemand soll allein unterwegs sein erklärte die lukenwalderin über die sozialen medien haben sie einzelne orte und größere gebiete gesammelt die relevant sein können so durchfäusten die areale nicht bis ins detail denn sie wissen dass sie keine polizeiarbeit leisten können wir gehen einfach sehr aufmerksam spazieren von den polizeilichen ermittlungen ist kaum etwas zu bemerken lediglich der einsatz von polizeitauchern anfang oktober in gute park der für viel aufmerksamkeit gesorgt hatte wird geredet von der befragung des großen bekannten kreises von melina k und dem einsatz von personenspürhunden im lukenwalderzentrum hatte die öffentlichkeit allerdings kaum etwas bemerkt und diese regelmäßigen suchaktionen von der bevölkerung die waren wohl auch mit der polizei abgestimmt diese hat auf jeden fall kenntnis davon ja um es kurz zu sagen also insgesamt gab es keinerlei spuren von melina auch keine gegenstände die sie verloren hat gar nichts also wie vom erdboden verschluckt ja und im januar 2022 meldete sich da mal wieder der selbst in anterseer michael schneider und er behauptete zu wissen wo die linie ist in einer mail die der maz vorliegt teilte der mann aus rheinland-pfalz der polizei in der woche den standort mit der seiner meinung nach getöteten melinia k es ist ein waldstück zwischen kreuzenburg und neuhof schneider war selbst nicht vor ort seine eingebung die leiche liegt in dem wald unweit von lukenwalde stütze ich alleine darauf dass er sagt er habe seerische fähigkeit die enge anbindung an gott ist das essentielle element meiner arbeit gibt über sich und seine tipps die er ehrenamtlich an freunde und familie von vermissten personen und tieren gibt er schreibt da zu dem standort der vermissten 22 jährigen es dürfte ein leichtes sein diese stelle in dem wäldchen mit kleinen besteck und ohne hundertschaft sondern vielleicht erst einmal nur mittels einer streife und dann bei positiven befund sprich gute an war anfahrbarkeit gut geeigneter boden und geringer einsehbarkeit für fremde mit einem leichten spüren und anzuschauen ob die ermittler dem hinweis von micha schneider nachgegangen sind ist nicht klar auf anfrage erklärte der leiter der zuständigen staatserwartschaft in potsdam es gibt keine hinweise denen wir nicht nachgehen die polizei sagt dazu worauf sich ein hinweisgeber beruft ist demnach für die ermittler nicht relevant auch die polizei steht solchen tipps generell offen gegenüber der maz erklärte eine sprecherin die polizei geht grundsätzlich allen eingehenden hinweisen nach und prüft sowie bewertet diese dabei ist unerheblich durch wen ein hinweis an die polizei herangetragen wird zudem sehr michael muss ich einmal sagen dass der sich immer wieder einbringt bei sämtlichen vermissten fällen und es gab punkte zum beispiel mit bei von scarlett wo ja die familie beziehungsweise das umfeld mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte es gab dann auch einen fall ich weiß jetzt genau nicht nicht mehr genau welcher das war wo die polizei dann auch sagte dass er sie einfach nur noch nervt und sie mit ihm nicht zu tun haben wollen also er bringt sich selber immer ein er wird niemals angefragt und ich glaube nicht dass er in diesem fall hier weiterhelfen könnte heißt nichts generell gegen sehr oder mit leuten mit solchen fähigkeiten aber ich glaube bei michael schneider nicht wirklich daran dann hieß es vor zwei jahren im fall der verschwundenen melina k gibt es eine heiße spur nach monatelangen ermittlungen gegen unbekannt gibt es jetzt eine verdächtige person die ermittlung richten sich derzeit gegen eine namenlich bekannte person bestätigte der pressesprecher der ermittelnden potsdamer staatsanwaltschaft ob die verdächtige person aus melina kars direkten umfall stammt oder ob es hinweise zu dem aufenthaltsort der 22 jährigen gibt bleibt unklar die staatsanwaltschaft will sich auf maz nachfrage dazu nicht äußern mehr kann sowohl aus ermittlungstaktischen gründen als auch aus solchen des persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt werden und dann hieß es noch einmal dass die gerüchteküche in lupenweide berudelt denn wie die maz erfahren hat hat sich der onkel von melina der 40 jährige igor k das leben genommen er wohnte in unmittelbarer nachbarschaft zum nutepark in der öffentlichen wahrnehmung zu dem vermissten fall spielte der onkel bisher keine rolle aber nun machen unendliche fragen die runde wusste igor k etwas über seine verschwundene nichte galt er sogar als tatverdächtig oder hat er ihr familie so nahe gestanden dass er ihr verschwinden nicht verkraften konnte die staatsanwaltschaft in potsdam hält sich mit dem verweis auf die laufenden ermittlung bedeckt und gibt noch keine neuen erkenntnisse aus dem verfahren preis fest steht aber das ermittlungsverfahren wegen des verdachts eines tötungsdeliktes richtet sich nach wie vor gegen eine namentlich bekannte person teilte die staatsanwaltschaft auf anfrage der maz mit das heißt igor k war nicht der tatverdächtige denn gegen verstorbene personen wird in deutschland nicht ermittelt außerdem soll der 40 jährige eher persönliche probleme gehabt haben so das war's was es an informationen zu dem fall gibt also leider nicht besonders viele man weiß wieder etwas über den verbleib von melina man hat keine hinweise darauf wo gegenstände von ihr verblieben sind also auch da ist nichts gefunden worden was in den berichterstattung allerdings fehlt ist dass eben überprüft wurde wo sich ihr handy zuletzt eingeloggt hat denn es hat ja später noch nachrichten empfangen aber sie hat diese nicht mal abgerufen zumindest nicht geantwortet darauf ich denke mal dies behält die polizei erst mal für sich es ist mal wieder einer dieser vermissten fälle die auch ein bisschen ja aus der öffentlichkeit verschwunden sind und ich weiß jetzt nicht wer aus unserer community mich noch mal darauf hingewiesen hat der hatte mich gebeten doch mal ein video zu diesem fall zu machen obwohl es ihm nicht so viele informationen darüber gibt ich habe jetzt hier einmal versucht alle informationen in diesem video zusammen zu tragen und den fall mal wieder ein bisschen an die öffentlichkeit zu bringen ich bedanke mich bei euch fürs zuhören oder zuschauen je nachdem wie ihr meinen content konsumiert passt auf euch auf und bis zum nächsten video